Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter mit Avalon Code, yeah, juhu! Und Leute, was habe ich herausgefunden mit den Videos bei YouTube? Die Videos haben meistens sehr viel Gigabyte, also dann musst du die immer rendern. Und daraus kann man immer 200 MB und ich kann die nicht verringern, das ist scheiße. Deswegen dauert es immer lange, bis ich die hochlade. Aber ich werde die hochladen, das ist klar, aber das wird lange dauern. Deswegen, hab ein bisschen Geduld und verurteilt mich nicht für irgendwas, keine Ahnung was. Und ja, wir sollten uns ausruhen gehen, weiß ich jetzt noch. Falsche Richtung, aber trotzdem, es geht noch schneller zu unserem Haus. Ausruhen? Ausruhen, ja. Wir sollten uns ja ausruhen, okay, das ist doch schön. Nein, 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 nein. Uhmm, was zur Hölle? Okay. Oh, der König! Oder was für ein König ist das? Ah, unser König. 물lingrowel. Wir haben den Überraschungs Tomb periodiertes für den skullwassigen Imp представляst. In den Norden. Und es ist eine ihrer Führung und lineup. Hmph Hmph ähm ok ok unsere Ehre wurde beschmutzt von den reiches Krieger und der König will so aus tun lassen auf dem Feld und seine Männer beschützen okay aber wieso dürfen wir nicht okay wir folgen die ähm wo zur Hölle sind wir achso Scheideweg Kampf wie aufregend was alle sind so begierig darauf zu kämpfen dass sie nichts mehr hält ja scheint so hey Roxas diese Welt wird bald untergehen ich weiß dass sie bis dahin nicht mehr viel Zeit bleibt aber du willst es ihnen doch nicht noch leichter machen dann musst du dein bestes geben benutzen wir das benutzen wir das Buch der Berufszeit um diesen Krieg schnell zu beenden mach dir keine Sorgen ich weiß dass du es schaffen kannst Dankeschön bitte bestünde nicht meinen Atem dieses Kind war seit Geburt bereit oder? hehehehe richtig hehehehe hehehehe ok da können wir noch nicht hin wo geht es da eigentlich hin zu den Feldern ok hm ok 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 kann ich da durch scheiße er lacht mich nicht durch ok unsere Ehre wurde beschmutzt ich weiß es nicht ich weiß nichts davon schweißnaft schweißnaft was schweißnaft fluss ähm das wollte ich nicht aber das wollte ich und das wollte ich dreifach mal so 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 das ist irgendein Witz ok ich töte die einfach mal ich kriege ja wenigstens noch vier Erfahrungspunkte ne stirb hier das wird auch sterben ok der ist jetzt tot du auch komm her ja ok so ok der ist tot mit einem Schlag und oh flieg dich ins Knie du scheiß Spasti ok er will hier nichts untersuchen kann er den Stein untersuchen nein er will nicht ok dann gehen wir einfach mal nach oben und gucken uns mal weiter an was da gibts ähm was der Hölle verdammt verdammt komm her komm her ok das sind Waldteile ok aber ich untersuch den hier ey das ist doch ein Witz ok den haben wir super 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 ach ok die müssen irgendwie weg gehen oder so verdammt verdammt was zur Hölle ok da können wir noch nicht hin verdammt wieso treffe ich den nicht verdammt weil ich nur im Wasser bin verdammt ich kann bestimmt den Fluss runter nein geht auch nicht schade 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 egal wenigstens haben wir diese Monster analysiert und da sind Spinnen scheiß auf die Spinnen wir gehen einfach weiter ok wir haben den Schweißnahtfluss besiegt und jetzt gehen wir wohlgast was wohlgastottsschlucht ah da können die töten nein verdammt komm runter dumm ist hier so 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 ok tot das ist ein Witz vom Gegner ok aber geile Musik hm darf das bomben oder was wie gefährlich ist das denn zu glück ist es so linear aufgebaut dass wir wenigstens was alles untersuchen können was zur Hölle fick dich ins Knie ok wir müssen diese komische Schwerttechnik machen so 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 ok weg super kommt da noch eins von denen bestimmt ich wusste es was zur Hölle fick dich ins Knie so 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 ok normal Angriffe sind besser als die scheiß Spezialattacken also soll ich mal ein bisschen leveln ich weiß gar nicht sooo ähm ok Zwickmühle er kann nichts mehr machen das war irgendwie Pech gehabt aber egal nicht mein Problem ich hab ihn getötet warte gab es da keinen Weg irgendwie ok anscheinend wohl nicht was für die Hölle ist das denn was für die Hölle ist das denn was für die Hölle ist das denn Jungdrache das nehme ich doch sofort mal weg dass er wenigstens Schlangenfreund Drache ist ok jetzt töte ich ihn boah fick dich ins Knie so 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 ok weg ok super 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 und du so 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 du 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 duă du 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 exhibit ja 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 ach karte will ich haben dankeschön nicht hier schütz sich in seinem was ist das rum ich das verk positionen alles das ein rumor ich habe gar nicht gesehen Okay, hab ich. Sieht aus wie ein... Sag ich lieber nicht. Holgasottschlucht. Und jetzt... Wargis Festung. Das geht jetzt viel schnell voran. Katzin. Döö. Die haben wir ja schon längst besiegt. Übertreibt doch gleich. Ach du heilige Scheiße. Boah, wir laufen einfach so mit mit den Soldaten. Ist klar. Und die merken das nicht. Ja. Sehr not. Ja. Okay, jetzt gehen wir in die Burg. Epische Bossfight kommt jetzt. Denke ich jetzt mal. Wo zur Hölle bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Kann ich auch wieder rausgehen? Muss ich mal testen. Ja, ich kann auch wieder rausgehen. Aber das will ich nicht. Scheiße. Scheiße. Wieder rein. Nein, ich will wieder raus. Ja, ich will in die Festung reingehen. Ich will wissen, was da los ist. Momentan ist es sehr spannend. Okay, 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 okay. Kann ich irgendwas... Kann ich irgendwas untersuchen? Okay. Ist klar. So, so, so. So, so, so. So. Ihr seid ein Witz von Gegnern. Was ist jetzt passiert? Warte, wir müssen Nyaki finden. Und wer ist das denn? Was zur Hölle kommt jetzt? Was ist das? Ähm. Nyam, 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 nyam. Was für eine Explosion. Haochi? Hm? Du machst das richtig gut. Wer ist der Fettsack? Ich bin Haochi, der reisende Erfinder. Erfinder? Der Krieg ist mein Versuchsgelände. Meine Bomben können alles zerstören. Ich werde mich um den Rest kümmern. Geh du wieder nach Hause, zu deiner Mama. Stürze ich in die Schlacht, ist klar. Hm, hm, dummes Kind. Du bist noch zu jung für den Krieg. Mit meinen Bomben werde ich den Krieg in 0,1 beendet haben. Tritt zurück und sieh mir zu. Okay. Das sollte ausrechnen. Hm? Okay, Leute, es geht weiter. Hurra! Ähm. Das war doch keine Bombe, das war ein Feuerwall. Was zur Hölle? Er ist gestürzt. Was ist mit ihm? Hey, Roxy, ich spüre eine eisige Brise. Von dort, wo er eben noch stand. Eine eisige Brise? Oh, Roxy, das musst du dir ansehen. Soll ich jetzt da runterspringen, oder was? Es ist so kalt, das muss es sein. Kein Zweifel, ich kenne diesen eisige Gefühl. Niyaki ist hier. Schön für sie, aber ich geh mal hier kurz rum und guck mir alles an. Ähm. Okay. Okay. Gibt's wohl nichts. Hm, schade, schade, schade. Ich dachte, hier gibt's irgendwas. Oh, mein Schild leuchtet. Super, hab ich grad gemerkt. Nö, 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 nö. Was gibt's hier? Bestimmt nichts. Okay, kann man nicht. Schade, schade, schade. Das auch nicht. Und was gibt's da oben links? In der Ecke. Okay, das hier. Alles untersuchen müssen wir hier mal. Okay, da ist so eine Blume. Okay, es geht weiter. Was zur Hölle ist das denn? Warte. Okay, es geht weiter. Ähm. Kann ich die schlagen? Nein. Kann ich das hier schlagen? Nein. Was zur Hölle ist das? Kann ich da hoch springen? Nein. Okay. Einscheiden geht's nicht. Okay, merken die uns mal. Nö, nö, nö. Scheiße Headset. Okay, richtig gestellt. Super. Jetzt gehen wir mal hier hin. Und gucken uns diese Gegend mal an. Hier gibt's bestimmt auch nichts, was ich... Was zur Hölle... ... Breitschwert. Warte, das ist doch voll geil. Warte, warte. Ich hab da eine geile Idee. Okay, so. Oh. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Schwerter. Das musst du jetzt austesten. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Verdammte, heilige Scheiße. Verdammt. Boah, boah, boah. Das will ich noch einstellen. Hast hier rein. Kommst auch hier rein. Danke. Wärst du jetzt ein Spinnenschwert? Nein, wärst du nicht. Aber egal. Silber will ich haben. Silber will ich haben, hab ich gesagt. Feuerkatana. Super für dich. Aber trotzdem. Ich mach jetzt das. Scheiße, die verdammte Tür. So. Mein Bruder ist beknackt. Ähm. Okay. Scheiße. Da war was Fifi. Ich hab mächtiger. Okay. Ich mach das hier rein. Okay. So war es mächtiger. 81. Okay. Warte, wenn ich das jetzt reinmache. Wenn ich das jetzt reinmache. Okay. Okay. Super. Super, 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 super. Das jetzt rein. Und das jetzt auch rein. Ein Katana. Super für dich. Ich mach das jetzt hier rein. Das auch hier rein. 92. Okay. Das Schwert will ich jetzt benutzen. Sag ich euch schon jetzt. Das kommt hier rein. Mach mal schneller wechseln. Danke. Dankeschön. Und da kommt jetzt ein bisschen Blitz rein. Verdammt. Okay. Die Stärke ist runtergegangen. G92. Breitschwert. Okay. Das rüsten wir jetzt aus. Ja, ich weiß. Das hier. Boah. Das hier. Okay. Du bist jetzt damit ausgerissen. Super. Und ich habe über die Limit gemacht. Okay. Ach du heilige Scheiße. Das ist doch über... Ey, ihr werdet doch übertreiben hier. Ey, das ist doch nicht mal menschlich. Ey, das ist doch nicht mal menschlich. Warte. Ach du heilige Scheiße. Ey, das ist doch nicht mal menschlich. Ach du heilige Scheiße. Boah, wie viel das... Wie groß das Schwert ist auch noch. Verdammt. Das hier habe ich jetzt auch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.